new head don't care hey meine lieben da bin ich wow amazing hallo das ist mein essen ein total beschissene spiegel auf einem abgelaufenen brot wow i love it hey freunde da ist ja wieder euer lieblingsblogger hier was mir zu essen gemacht habe ist so ein salat den habe ich nicht bestellt nein den den habe ich gerade